Jedes Projekt benötigt auch eine Außenwirkung und möchte sich online präsentieren. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Homepage bzw. einen Blog für die Präsentation deines eigenen Projektes mit dem Tool WordPress erstellst. WordPress ist ein freies und kostenloses Content Management System. Ein Content Management System, auch kurz CMS genannt, ist eine Software, mit der du Webseiten erstellen, bearbeiten und auch verwalten kannst. Dabei benötigst du keine Kenntnisse in HTML, CSS oder JavaScript. Ursprünglich wurde WordPress für die Erstellung von Blogs entwickelt. Mittlerweile ist es ein sehr umfangreiches Tool, für das es unzählige Erweiterungen, sogenannte Plugins gibt. Diese bieten dir die Möglichkeit, deine Homepage ganz frei nach deinen Wünschen zu gestalten und zu strukturieren. Für die Verwendung von WordPress gibt es zwei Optionen. Die erste Option ist die selbst verwaltete Instanz. Dazu benötigst du einen Webserver mit deiner eigenen Domain. Diesen kannst du dir bei verschiedenen Dienstleistern mieten. Auf dem Webserver kannst du dir dann WordPress installieren und nutzen. Die kostenlosen Installationsdateien findest du unter WordPress.com. Der Vorteil dabei ist, du hast eine eigene Domain, über die deine Homepage erreichbar ist. Und auch alle Daten sind bei dir in deiner eigenen Instanz gespeichert. Allerdings ist diese Variante durch die Miete eines Webservers und dem Kauf einer eigenen Domain kostenpflichtig. Und du benötigst zur Installation einiges an Vorwissen. Die zweite Option bietet WordPress als Dienst selbst an und ist in der Basisversion kostenlos nutzbar. Über die Seite WordPress.com kannst du dir eine eigene WordPress Instanz erstellen. Dabei musst du nichts installieren. Allerdings liegen alle Daten auf den Servern von WordPress. Der Speicherplatz für Fotos, Grafiken und Videos ist auf 3 GB begrenzt. Außerdem ist deine Homepage nur über eine WordPress Subdomain erreichbar. Ebenso schaltet WordPress Werbung und Banner auf deiner Seite und einige Funktionen wie die Auswahl an unbegrenzten Themes und das Einbinden der eben genannten Plugins sind nicht nutzbar. Egal für welche Variante du dich entscheidest. Das Vorgehen, was ich dir hier im Video zeige, ist bei beiden Varianten sehr ähnlich. Für das Video nutze ich die kostenlose Option von WordPress. WordPress ist allerdings auch in der kostenlosen Version ein sehr umfangreiches Tool. Daher werde ich dir in diesem Tutorial erstmal die Grundlagen von WordPress vermitteln. Du wirst lernen, wie du Unterseiten anlegst und wie du Beiträge für einen Blog erstellst und sie veröffentlichst. Wie du das Aussehen deiner Homepage einstellst und wie du andere Personen zum gemeinsamen Bearbeiten der Homepage einlädst. Hast du dich bei WordPress registriert bzw. WordPress auf deinem eigenen Webserver installiert, gelangst du beim ersten Öffnen zum Dashboard deiner Homepage. Hier erhältst du eine Übersicht über die Aktivitäten der Besucherinnen und Besucher deiner Seite sowie eine Übersicht über all deine Beiträge. Zu Beginn ist es hier allerdings noch etwas leer. Das wird sich aber sicher bald ändern. Im Menüpunkt Seite siehst du alle Unterseiten deiner Homepage. WordPress hat standardmäßig die vier Seiten über, Startseite, Kontakte und Blog angelegt. Eine Homepage bei WordPress ist meist wie folgt aufgebaut. Es gibt eine Startseite sowie verschiedene Unterseiten. Eine dieser Unterseiten ist der Blog. Im Blog kannst du Beiträge mit Updates und Neuigkeiten zu deinem Projekt veröffentlichen. So ähnlich wie beim Tagebuch. Auf der Unterseite Blog werden diese Beiträge dann in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angezeigt. Also immer der neueste Beitrag zuerst bzw. ganz oben. Die voreingestellten Unterseiten kannst du erstmal so übernehmen, da sie meist schon passend für die Präsentation eines Projektes geeignet sind. Zum Bearbeiten einer Unterseite klickst du auf die drei Punkte bei der jeweiligen Seite und wählst Bearbeiten aus. Ich zeige dir das am Beispiel der Seite Über. Jetzt bist du im Editor. Hier kannst du die Überschrift, die URL, über die man zur Unterseite gelangt und natürlich den Inhalt ändern. Texte kannst du hier ganz nach deinem Belieben gestalten und natürlich auch Bilder und Videos einbinden. Um Fotos hinzuzufügen, klickst du auf das Plus und wählst die Mediathek aus. In die Mediathek kannst du alle Inhalte wie Bilder, Dokumente, Videos oder Audiodateien hochladen und sie zu jeder Zeit in einen Beitrag einfügen. Über Hinzufügen wählst du Dateien lokal auf deinem Computer aus und lädst sie in die Mediathek hoch. Über das Zahnrad kannst du für die jeweilige Unterseite verschiedene Einstellungen auswählen. Unter Status siehst du, ob die Seite schon veröffentlicht wurde. In unserem Fall ist die Unterseite schon online, da die Seite von WordPress standardmäßig erstellt wird. Allerdings lässt sich das Datum der Veröffentlichung der Unterseite noch nachträglich bearbeiten. Liegt das Datum in der Zukunft, kannst du die Unterseite oder den Beitrag zu einem bestimmten Datum geplant online gehen lassen. Im zweiten Feld kannst du auswählen, ob die Unterseite für alle Besucherinnen und Besucher sichtbar sein soll, ob die Unterseite nur für Administratoren und Redakteure zu sehen sein soll oder ob die Unterseite mit einem Passwort geschützt sein soll. Im nächsten Punkt der Seiteneinstellung kannst du ein Beitragsbild festlegen. Dieses Beitragsbild wird über der Überschrift angezeigt. Hier kannst du auch Fotos oder Grafiken, die schon vorher in der Mediathek hochgeladen wurden, auswählen. Unter den Einstellungen der Seitenattribute legst du fest, an welcher Stelle die Unterseite im Menü zu sehen ist. Deaktivierst du den Schalter, kannst du eine schon bestehende Unterseite als übergeordnete Seite auswählen. Zum Menü und zu der Navigation durch deine Homepage erkläre ich dir an einer anderen Stelle noch mehr. Mit den Optionen Teilen kannst du festlegen, ob auf deiner Seite ein Teilen bzw. Like-Button angezeigt wird. Unter dem Menüpunkt Mehroptionen kannst du die Titelform ändern, einen Vorschau-Text erstellen und ganz wichtig, du kannst bestimmen, ob Kommentare auf der Unterseite zugelassen werden oder nicht. Kommentare kannst du für jede Unterseite und jeden Blog-Eintrag separat zulassen. Hast du alle Einstellungen getätigt, kannst du die Unterseite über den blauen Button in der oberen rechten Ecke veröffentlichen bzw. aktualisieren, falls die Unterseite schon veröffentlicht ist. Über den Punkt Schließen in der linken oberen Ecke gelangst du wieder ins Hauptmenü. Im Menüpunkt Blog-Einträge sind alle Blog-Einträge aufgelistet. Über den Button Hinzufügen kannst du einen neuen Blog-Eintrag schreiben. Hier stehen dir alle Optionen, welche du schon aus der Bearbeitung der Unterseite kennst, auch zur Verfügung. Wenn du möchtest, kannst du als Inhalt auch Links oder YouTube-Videos einfügen. Diese Möglichkeit hast du selbstverständlich auch bei der Gestaltung von Unterseiten. Zusätzlich kannst du Blog-Einträgen bestimmten Kategorien zuordnen. So kannst du später Blog-Einträge nach diesen Kategorien sortieren und auch anzeigen lassen. Kümmern wir uns nun um das Aussehen der Homepage. Im Menüpunkt Anpassen auf dem Button Themes wählst du das Theme für deine Homepage aus. Themes sind wie Kostüme und bestimmen die Darstellung deiner Homepage. In der oberen Leiste kannst du dir alle kostenlosen Themes anzeigen lassen. Klickst du ein Theme an, erhältst du eine Vorschau. Viele der Themes sind in Kolumnen, also in Spalten, aufgeteilt. Dies ist nicht für jeden Inhalt optimal. Wähle daher das passende Theme nach der Menge und Art deiner Inhalte. Hast du ein passendes Theme gefunden, wähle die drei Punkte und aktiviere das Theme. Über den Button Webseite anpassen gelangst du in die Vorschau und kannst einzelne Punkte deiner Homepage bearbeiten. Unter dem Punkt Website-Information vergibst du den Titel und den Untertitel deiner Homepage. Außerdem kannst du das Logo deines Projektes hochladen. Achte beim Hochladen des Logos auf einen transparenten oder gleichfarbigen Hintergrund. Ebenso kannst du ein Icon hochladen. Dieses Icon wird später im Tab im Browser erscheinen. Achte darauf, dass dein Icon in einer quadratischen Auflösung vorliegt. Bei Stylepacks kannst du schon fertige Kombinationen aus Schriftdaten und Farben wählen. Gefallen dir diese Vorgaben nicht, kannst du Farbe, Hintergründen und Schriftarten in den jeweiligen Menüpunkten einzeln anpassen. Im Menüpunkt Kontaktinfo kannst du eine Postadresse, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und Öffnungszeiten angeben. Bedenke allerdings, dass dies alles Informationen sind, die später öffentlich zugänglich im Netz zu finden sind. Eine der wichtigsten Einstellungen ist der Punkt Menü. Hier bestimmst du, wie die Besucher und Besucherinnen durch deine Homepage navigieren. Standardmäßig sind zwei Menüs voreingestellt. Einmal das Menü für Social Media. Dort kannst du deine Social Media Kanäle zu Facebook, Twitter, Instagram und so weiter verlinken. Über den Haken bei Social Media Menü aktivierst du dieses Menü. Als zweites ist das Menü Primary für die Navigation zwischen den Unterseiten voreingestellt. Mit der Maus kannst du die Reihenfolge der Menüeinträge beliebig verändern. In unserem Fall möchte ich, dass der Menüpunkt für die Startseite ganz oben steht. Über den Haken bei Header aktivierst du das Menü. Ein weiterer wichtiger Unterpunkt sind die Inhaltsoptionen. Hier bestimmst du, ob das Datum der Veröffentlichung angezeigt wird, ob die Namen der Autorin oder des Autors bei den Blog-Einträgen angezeigt wird, ob die Schlagwörter und die Kategorien gezeigt werden und wie sich Beitragsbilder verhalten. Unter dem Menüpunkt Widgets hast du die Möglichkeit, im sogenannten Footer, das ist der untere Bereich einer Homepage, feste Elemente zu verankern. Diese Elemente werden auf jeder Unterseite und bei jedem Blog-Eintrag angezeigt. Voreingestellt ist die Suche, mit der sich deine Homepage durchsuchen lässt. Ebenso ist das Text-Widget vorangestellt. Den Text dieses Widgets kannst du nach Belieben anpassen. Mit dem Button Widget hinzufügen kannst du aus einer Liste noch eine Vielzahl an weiteren Widgets auf deiner Homepage hinzufügen. Beliebt ist zum Beispiel das Widget, um Fotos von Instagram automatisch auf der Homepage zu integrieren. Um alle Änderungen zu speichern, klickst du oben links auf Veröffentlichen. Nun kannst du die Ansicht mit dem X beenden und gelangst wieder ins Hauptmenü zurück. Möchtest du sehen, wie deine Seite später für die Besucherinnen und Besucher aussieht, klicke links oben auf Webseite ansehen. Im Dropdown-Menü kannst du die Bildschirmbreite für verschiedene Geräte, wie etwa den Desktop-Computer oder Tablet oder auch das Smartphone auswählen und siehst, wie sich deine Homepage auf den verschiedenen Displaygrößen verhält. Mit WordPress kannst du auch problemlos mit mehreren Personen an einer Homepage arbeiten. Möchtest du noch weitere Personen aus deinem Team für die Bearbeitung hinzufügen, dann gehe links auf den Menüpunkt Personen. Per E-Mail-Adresse kannst du nun neue Personen hinzufügen und ihnen verschiedene Rollen zuteilen. Die Rollen bestimmen, welche Rechte die Personen haben. Ein Administrator kann alles an der Seite ändern. Ein Redakteur hat Zugriff auf alle Beiträge, Seiten, Kommentare, Texte und Kategorien und kann diese verändern. Ein Autor kann Beiträge verfassen, Bilder hochladen und seine eigenen Beiträge veröffentlichen. Ein Mitarbeiter kann eigene Beiträge verfassen, diese aber nicht selbst veröffentlichen. Der Follower ist wie ein Fan. Er kann bloß alle veröffentlichen Beiträge sehen und kommentieren. Er hält aber eine Nachricht, sobald etwas Neues auf deiner Homepage veröffentlicht wird. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und ganz viel Erfolg beim Gestalten deiner eigenen Projekt-Homepage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017